Wir können in unserer OpenSense Firewall nun Traffic blockieren, der von einem nicht gewünschten Interface kommt und so Websites zum Beispiel nur über einen VPN verfügbar machen. Wir können aber auch einzelne IP-Adressen blockieren, wenn wir zum Beispiel Malware oder Bots dahinter vermuten. Wir können den Zugriff auf Websites beschränken. Wir können sehr, sehr viel damit machen mit unserer ganz normalen Firewall. Doch über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen und das ist Intrusion Detection und Intrusion Prevention, die auch in OpenSense verfügbar ist. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Ihr findet sie unter Services Intrusion Detection. Wir gehen als erstes mal auf das Administration Panel. Und hier lässt sich eigentlich so ziemlich das Allerwichtigste für euch rausfinden. Denn die Intrusion Detection in OpenSense basiert auf Surikata. Surikata ist nochmal ein komplett eigenes Tutorial-Gebiet. Das ist ein riesiges Teil und kann wahnsinnig fehlen. Ich will hier gar nicht ins Detail gehen. Ich will euch hauptsächlich zeigen, wie ihr das alles benutzen könnt. Und nächstes Mal schauen wir uns dann tatsächlich auch noch ein paar Details. Nicht unbedingt von Surikata an, sondern von den Dienstleistern, die wir hier noch in Anspruch nehmen. Okay, also was passiert? Nun, wir müssen natürlich als allererstes mal unsere Intrusion Detection aktivieren. Intrusion Prevention hingegen werde ich nicht aktivieren. Denn dazu braucht man eine geeignete Hardware-Netzwerk-Karte, die wir hier nicht drauf haben. Und hier nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen Intrusion Detection und Intrusion Prevention. Also dem, was wir aktiviert haben und dem, was wir nicht aktiviert haben. Denn die ID, die Intrusion Detection, die benutzt quasi ein Interface, das Warn-Interface in unserem Fall, und überprüft, ob sie dort verdächtige Patterns findet. Das heißt, zum Beispiel eine Regel, die besagt, hey, alles, was so aussieht, ist bösartig. Und so meint nicht irgendwie der Absender mit dieser IP-Adresse ist böse. Oder die Regel, wo man quasi hin möchte auf diese Webseite, da darf man nicht zugreifen, das wäre Firewall-Stuff. Nein, es guckt sich wirklich das Paket an. Deep Packet Inspection ist hier das große Stichwort. Das heißt, man schaut sich das konkrete Paket an, mit dem man da umgehen möchte, und analysiert anhand des Paketes wirklich, ob das jetzt bösartig sein könnte oder nicht. Intrusion Prevention geht sogar noch ein Stückchen weiter und schaut sich jedes einzelne Paket an, während es eben über das gesamte Netzwerk hin und her geht. Und ja, kann das dann am Ende droppen oder eben auch verhindern, dass der Angriff durchgeführt wird. Aber in unserem Fall können wir einfach Intrusion Detection laufen lassen und das ist auch in Ordnung soweit. Okay, also Intrusion Detection aktiviert und ich würde, oder der Hersteller, also OpenSense sagt, sie würden empfehlen, dass man hier von Ahokorazik auf die Kenstil-Variante übergeht oder Hyperscan, wenn es unterstützt wird, wobei Hyperscan auch wieder nur an manchen Systemen unterstützt wird. Also ich würde meistens eigentlich so keine Kenstil-Variante hier raten. Und dann müssen wir das Interface wählen, auf dem wir das durchführen wollen. In unserem Fall ist das das Warn-Interface, das ist auch in Ordnung soweit. Und wie oft wir das Log sozusagen wegschmeißen wollen, weil diese Logs können schon ziemlich riesig werden. Deswegen würde ich euch da gewisse Vorsicht geben. Okay, wir aktivieren also die Intrusion Detection und das dauert ein bisschen. Das dauert länger. So, Intrusion Detection läuft. Und jetzt wechseln wir hier mal rüber auf Download. Und unter Download finden wir verschiedene Rulesets. Das heißt, wir können von anderen Leuten diese Regeln, die sie für Surikata gebaut haben, quasi verwenden. Und genau das würde ich euch auch wärmstens empfehlen. Denn diese ganzen Regeln hier, die werden wirklich, es gibt Leute, die machen nichts anderes. Bei euch sind die wahrscheinlich noch nicht installiert. Ich habe das schon aufgenommen ganz kurz. Muss aber nochmal neu aufnehmen, weil ich dumme Sachen gemacht habe. Egal. Auf jeden Fall, diese Regelsets hier, die sind quasi von externen Dienstleistern. Einmal von ET, ja. Das steht für Emerging Threat. Und einmal von Abuse.ch, die quasi einfach Abuse sammeln und dort dann halt quasi ein Tool bereitstellen. Beziehungsweise Listen bereitstellen, sodass die einfach blockiert werden können. Also, wir können die alle einmal kurz hier aktivieren. So, einmal Enablen. Und einmal hier alle auswählen und Download und Update Rules machen. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache, die uns hier das Leben wirklich erleichtert. So, wir sehen, ich habe das einmal ganz kurz aktualisiert. Und wir sehen hier auch, dass Last Updated jetzt hier plötzlich auf neu ist. Also, zuerst aktivieren und dann Download und Update machen. Nicht verwirren lassen, sonst funktioniert das Ganze nicht so zuverlässig. Zumindest in der Version, die ich jetzt hier habe. Okay, diese Regeln finden wir jetzt plötzlich alle auch hier. Ja, da war vorher eigentlich nicht wirklich was drin. Und jetzt sind da 136.000 Regeleinträge drin. Also, ihr versteht, warum wir die nicht von Hand machen wollen, glaube ich. Denn, ja, das dauert. Da sind alte dabei, wie zum Beispiel sowas hier. Die ist von 2010. Ja, das ist sehr, sehr alt. Das sind Sachen, die wahrscheinlich für euch nicht relevant sind. Sowas wie ein Cisco Buffer Overflow. Falls ihr überhaupt kein Cisco Gerät habt, ist das nicht interessant für euch. Aber die sind auch teilweise dann deaktiviert. Nicht wundern, die meisten Regeln sind immer noch aktiviert. Das heißt, wenn ich hier mal auf Enabled gehe, dann sehen wir hier 124.668 Regeln sind immer noch aktiviert. Ja, das heißt, es sind ein paar tausend Regeln, die nicht aktiv sind. Aber die aller, aller, allermeisten sind halt aktiv. Und dementsprechend müssen wir uns darum auch eigentlich keine Sorgen machen. Das sind schon die richtigen Regeln. Wir haben aber gerade schon gesehen, wir können uns hier mit diesem Bearbeiten Ding, können wir uns hier ein paar Infos holen. Zum Beispiel, ja, eine ID, wie oft es überarbeitet wurde, was genau für eine Nachricht dabei rauskommen soll, wenn sowas gefunden wird, was es genau eigentlich ist. Also, ob es ein Trojaner ist, ob es Denial of Service ist oder versuchter Denial of Service oder was auch immer. Es gibt manchmal sogar eine Referenz. Die hier lädt allerdings nicht wahrscheinlich, weil die Regel schon so unfassbar alt ist. Also nicht wundern. Und eben unser Status und was wir machen wollen. Wir haben zwei Möglichkeiten hier. Wir können entweder alerten oder wir können droppen. Also droppen heißt, das Paket einfach fallen lassen. Alert bedeutet uns benachrichtigen. Okay, gut. Ah, genau. Richtig. Das ist eben genau das Problem. Wir haben hier IDS, also Intrusion Detection System und kein IPS, ja, Intrusion Prevention System. Das Intrusion Prevention System kann diese Regel dann auch tatsächlich anwenden und sie fallen lassen. Ansonsten werdet ihr immer nur benachrichtigt. Das ist quasi der große Unterschied zum Intrusion Prevention System hier. Wir können sie nicht fallen lassen, weil, naja, wenn wir die quasi aktualisiert haben, wurde sie schon sozusagen verarbeitet. Was unpraktisch ist, aber was ihr natürlich dann auch grundsätzlich seht. Dazu kommen wir nachher noch zu diesem Sehen. So, wir können aber auch userdefinierte Regeln machen. Also, wie gesagt, geht hier gerne mal irgendwie so in die neuen Regeln rein und schaut euch die auch mal an. Das ist jetzt zum Beispiel von abuse.ch. Da sehen wir, dass hier zum Beispiel keine Quelle direkt angegeben wurde als Link, aber in dem Fall ist es halt ein Command & Control Traffic von einer Async Red, also ein Remote Access Trojaner. Und der steht halt in dieser Liste hier drin und, ja, selbstverständlich auch aktiv. Also, es sind viele Regeln, okay? Und, genau, wir können hier auch userdefinierte Regeln hinzufügen, wenn wir das wollen. Da müssen wir quasi eine Source IP in dem Fall angeben, Destination IP, SSL Fingerprint und die Action und eine Beschreibung. Die sind allerdings ein bisschen weird, sag ich mal. Komme ich gleich dazu. Unter Alerts findet ihr die möglichen Alerts, die euch quasi um die Ohren geschmissen werden, also was hier alles passieren würde und was dann gemacht wurde auch tatsächlich. Und, ja, das Wichtigste meines Erachtens ist immer noch unter Schedule. Unter Schedule könnt ihr eine Regel erstellen, einen Cron-Job erstellen, der euch diese ganzen Regeln halt einfach regelmäßig updatet. Also, zum Beispiel immer um 0 Uhr und 0 Minuten, bzw. 0 Uhr, so rum, und 9 Minuten, an jeden Tag der Woche, jeden Tag des Monats, an jeden Monat, so rum, und jeden Tag der Woche sollen diese Regeln aktualisiert werden. Das heißt, es wird einfach die neueste Version runtergeladen und das ist jetzt einfach ein Cron-Job. Und, der steht jetzt eben unter System, Settings, Cron, findet ihr den Cron-Job, das ist der hier. Wir können den natürlich auch hier nochmal editieren oder aktualisieren. Wenn ihr sagt, ey, nein, es soll auf keinen Fall so sein, dass jeder weiß, dass ich das um 0 Uhr mache, könnt ihr um 1 Uhr 1 reintragen oder irgendwas anderes. Und dann wird es halt wann anders gemacht. Einmal kurz Apply drücken, fertig. So, also das ist die Idee dahinter. Und ihr seid dadurch quasi in der Lage, diese ganzen Regeln hier vorne, also diese 136.000 Einträge, Regeleinträge hier, immer automatisch zu aktualisieren und müsst euch nicht selber drum kümmern. Wie gesagt, es gibt hier Leute, die wirklich nichts anderes tun, außer sich um diese Regeln hier zu kümmern. Und ich kann das wirklich empfehlen, sich auf diese Regeln hier zu verlassen, denn wenn man die selber versucht irgendwie zu bauen, dann wird es sehr, sehr unangenehm. So, jetzt ist natürlich noch interessant, was ist denn eigentlich Policy und was ist die Log File? Kommen wir gleich dazu. Aber Policies bedeutet im Endeffekt, ihr könnt hier einzelne Regeln auch nochmal definieren. Das heißt, ihr könnt hier sagen, okay, wir wollen das zum Beispiel in einem bestimmten Ruleset drin haben. Bestimmt eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich in unserem, also wir wollen quasi einige Regeln jetzt zu dieser Policy anwenden, zu dieser Policy quasi bündeln, wenn man so möchte. Und damit eben nicht alle Regeln automatisch angewandt werden müssen, können wir hier uns einiges aussparen. Weil jede Regel, die wir anwenden, braucht ein bisschen Leistung. Also was wir machen ist, wir sagen hier, hey, schau mal hier, wir haben Emerging, wobei wir können noch einfach hier Abuse-CH benutzen und die SSL-Blacklist-Rule hier benutzen. So, dann haben wir hier die Action, die wir durchführen wollen, die hier quasi entweder disabled sein kann für die ganze Policy, Alert oder Drop. Und das heißt, wir können hier einfach sagen, okay, lass einfach alles fallen, was diesen Regeln entspricht. Dann sagen wir hier, was für ein Produkt ist denn eigentlich betroffen? Also zum Beispiel, was haben wir denn hier? HTTP-Server. Okay, das ist quasi mein Produkt. Dann, was ist mein Ziel davon? Naja, was wollen wir jetzt gerade schützen? Also wir wollen einen, ups, einen, sagen wir einen Web-Server schützen. Und wir haben Class-Type, eigentlich alles. Eigentlich können wir hier alle reinnehmen. So. Also die werden quasi hier drunter gruppiert, auch unter dem, was es sein soll. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir eigentlich auch alles leer lassen könnten, einfach alles benutzen könnten. Also wir sagen hier Affected, Product, egal. Attack-Target, egal. Class-Type, egal. Confidence, also das ist quasi wie die Vertraulichkeit eingeschränkt wird. Also ob man quasi dadurch lesen kann, was man nicht lesen sollte. Egal. Confidence-Level, auch egal. CVE, auch egal. Deployment, auch eigentlich egal. Weil quasi hier, ähm, alles ist erstmal uns egal. Und die, ah, halt, stopp. Ähm, die Regel, die hier konfiguriert ist, wird auf jeden Fall Bonds Alert sein. Ähm, weil natürlich in Surikata, beziehungsweise in dem, in der IDS ist immer Alert drin gewesen. Ähm, und hier sagen wir einfach mal, neu soll bitte Drop sein. So, okay. Und Description ist okay. Brauchen wir nicht. Okay, vielleicht hätten wir doch eine Description gebraucht. Pokémon. So, wegen Gotta Catch'em All oder so, ne? Okay. Ähm, und das machen wir jetzt mal zu Apply. So, und jetzt wechseln wir mal rüber zu Rule Adjustments. Hier kann man nämlich nochmal ein bisschen was feiner einstellen. Man kann hier nämlich einzelne SSIDs auch nochmal mit der Action konfigurieren. Aber da wir eh gerade alle, einfach alle Regeln quasi gedroppt haben, sagen wir hier, okay, gut, dann, ähm, ja, brauchen wir auch den ganzen Traffic nicht mehr. So, jetzt sehen wir hier, ähm, unter der Log-File übrigens, was Surikata alles so ausspuckt. Ähm, und das ist relativ viel, eigentlich ist gar nicht so viel. Das meiste sind hier App-Layer-Protocol, ähm, bla bla bla. Das ist einfach ein Update-Ding, ja, das ist quasi ein Deprecated Warning, ähm, was sich quasi, ähm, in der nächsten Version von Surikata ändert. Und ich bin mir nicht sicher, wann genau OpenSense die neue, ähm, Version, äh, inkludiert, aber ich nehme mal an, dass sie das, oder ich hoffe, dass sie das auf dem Schirm haben, aber ich denke schon. Okay, also das heißt, ähm, wir haben jetzt quasi eine, ähm, einige Regeln hier angewandt und sagen einfach, alles, was diesem Traffic entspricht, was diesem, ähm, Traffic hier von unseren Regeln hier entspricht, soll bitte fallen gelassen werden. Also wir sehen, hier ist zwar immer noch Alert, aber wir machen eigentlich hier ein Gotta-Catch-Em-All und zwar, ähm, mit am Ende einem Drop darin. Ah, sofern natürlich es aus den SSL-Blacklist-Rules kommt. Ähm, eigentlich sollten mich ja auch alle auswählen, da haben wir ein wirkliches Pokémon draus. Naja, egal. Ähm, also ihr versteht die Idee dahinter, das heißt, wir sagen, okay, bitte wendet diese Regeln dann auch tatsächlich an. Gut, und das war's eigentlich auch schon wieder, was ihr mit eurem Intrusion Detection machen könnt. Jetzt ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, schweben wir jetzt hier in der Luft, wissen wir gar nicht, was diese Regelsets hier eigentlich machen. Naja, doch, das will ich mit euch im nächsten Video ein bisschen genauer angucken. Bis dann, ciao.